Die können wir doch jetzt kombinieren. Kombiniere das. Wie kombinieren wir denn Sachen? Gib, nimm. Untersuche, rede, ziehe. Das ist ein Gib. Das soll ich irgendwo auf dem Tisch legen und dann dort würzen oder so? Hm, ja, ich weiß. Aber... Rede mit, stehst du mit, schiebe, besuche, gebes Bütendat, öffne, gebes Bütendat, benutze, gebes Bütendat. Okay. Will ich erst mal zu den Hunden gehen. Und das bei den Hunden abgeben. Ansonsten, tja, vielleicht in der Küche hinlegen und dann können wir die Küche schließen. Ist auch gerade relativ unrelevant. Ähm... Fleisch. Kombiniert, das musst du hier... Ich kann es nicht loswerden. Es ist eine Art Fleisch, oder Fleisch wie eine Substanz. Es ist eine schmerzende gelbe Farbe. Tja... Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist eine schmerzende gelbe Farbe. Ich muss es wirklich mal auf dem Tisch in eine Küche legen und dort würzen. Würde Sinn machen. Das Fleisch in eine Küche zu pökern und zu würzen. Macht Sinn. Brandkratz. Was? Bist du auch in einen橋? Okay. Perfekt. Versuch. Mach es mal rein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, um reinzugehen. Okay, wir warten. So, Krim ist das Flach. Okay. Okay, we can't do that. What do you want to do? Okay. Okay. We have a meat with a table. That doesn't seem to work. And we have to combine it in the world with the plant. That would be of course a possibility. That doesn't seem to work. Maybe we have a bowl. Okay, is this fresh? Or meat-like substance. Okay. Now we have both put in it. Of course. Now we have no meat. Now we have no... That doesn't seem to work. Mmm, stewed meat. Mmm, stewed meat. Mmm, stewed meat. Ow! Got it! You cook the meat. It's some sort of meat. Or meat-like substance. Okay, it brings you something. Let's get off. Let's get off before us get off the meat. Okay. Let's get off. Zum Dingen zu aber nicht, zu den Hunden, ist wahrscheinlich alles in dem Dorf, das geht nicht. So, hier mal rüber, geht nur bestimmt nicht zum Schwertkampf herausfordern. Ich benutze ein kurzes Fleisch mit Sitz für das Gummern muss. Das scheint nicht zu funktionieren. Ähm... Okay. Ah, hier. Hundi ist. Es ist eine Art Fleisch, oder Fleisch-Substanz. Das ist eine Piranha-Purine. Wichtig ist, dass diese Tiere nicht sterben sind. Sie nur schlafen. Keine Tiere wurden schraubt während der Produktion dieses Spiel. Natürlich. Im Haus des Gouverneurs. Sehr schön. Oha. 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 Ich habe das hier gesehen. Das war's für heute. Ich kann es nicht bewegen. Ich kann es nicht bewegen. Unheimlich. Okay. Nimm. Ja, können wir öfter. Und jetzt Bücher. Ich brauche das. Sie müssen verrückt sein. Gophers! Meerschweinchen. Oh süß. Wo sind sie? Wo sind sie? Es ist schön. Ich kann es nicht öffnen. Es ist schön. Ich kann es nicht öffnen. Ich würde jetzt meinen Mann in den Vettor sehen. Okay, wir haben einen Klammer. Endhefter. Maulwurfmittel. Wachstippen. Wachstippen. Sie sind jack-sized. Und schützt mit schützt. Ich werde sicher nicht auf sie essen. Ich habe den Sheriff in den da. Okay, nun. Wir haben eine Vase geklaut. Und einiges anderes Zeugs. Wir müssen umgehen. Damit haben wir unser erstes Rätsel. Unsere erste Quest erfüllt. Achja, und. Sehr hübsch. Das wollte ich noch gucken. Hier sollten wir noch mal rein gehen. Ich habe meine Augen auf dich, Junge. Steal nichts und ich brauche deine Beine. Ah, sehr schön. Und da geht es um. Ah, sehr schön. Wirk2D0. ok So, geht zur Tür. Sehr schön. Talk2Dug Oh noch nicht. So, ich habe etwas mit Kaut. Das ist die Tür der vier Hände. Ja, ok. Das ist die Tür. 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 Ja, wir haben das Richtige noch nicht gefunden. Das ist die Tür. Warte kurz. Ach schade. Sniff sniff. ich dachte man könnte den hund von namen sehen wahrscheinlich das gemälde das gehen wir noch mal hinter so wir gehen zum haus des konos die hunde sind jetzt ein geschläfert die wache ist ein gesperrt dann müsst ihr jetzt sehr schön kommen wir das nehmen ein kleines eidl wir sind so ein eidl suchen was wichtig das sollen wir noch mitnehmen ich glaube das wird kommen in handy was kann man die waube zettichiro ich habe den sheriff in da Okay, die Bichon. No time for reading now. Steeple. No time for reading now. Okay, was genau. Steeple. Speichern, wenn nicht schlecht. Können wir auch mal machen. Sehr schön. Malheur Steilers. Chien. Entweder wir haben das schon, was wir brauchen. Oder... Ich weiß auch nicht. Aha, okay. Das ist ein guter Tipp. Den Gefangenen einen Pfeffermin zu geben. Ja, stimmt. Wir haben uns hier über seinen Mundgeruch beschwert. Er frisst hier nur Ratten. Zum. Und Gif. Gif. Ziemlich. Wie refreshing. Vielen Dank. Also, hast du mir gefallen? Na toll. Na toll. Wo ist das? Du hast die Kuchen in dem wahrscheinlich fein drinnen ist. Na toll. Und das Randen verschlechen, das haben wir bestimmt. Ähm. Maleworksmittel. das ist meine kuren untersuchen es ist bestimmt eine feine dran ich würde mich nicht wundern ok jetzt haben wir einen kuchen mit einer feine drinnen wie es ausschaut sehr wahrscheinlich ja aber wie kuchen öffnen natürlich warum nicht öffnen kuchen macht sinn eine pfeine jetzt kommen vielleicht die pfeine benutzen benutzer freilu oder was du bist normal ich bin aber auch bevor ich die idol Und was sollen wir damit? Das ist aber ziemlich viel, ja sorry. Willkommen zurück Packs. Und rein da. Die Tür zu. Wir sollten damit das Türschloss öffnen hier. Das wäre eine Idee. Okay. Wir sollen irgendein Idol mitnehmen. Tja, vielleicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja. Wir brauchen jetzt irgendwas müssen wir hier. Kann man das hier schieben oder drücken oder. Jetzt viele Felder will ich nicht. Na, du hast am Anfang mit den drei wichtigen aussehenden Piraten gesprochen. Wir haben drei Aufgaben. Idol, Schatz finden, Schwerdmeister. Das weiß ich. Aber wir haben das Idol noch nicht gestohlen. Soweit ich weiß. Ich war gerade schon bei denen. Bei den drei Piraten. Und sie meinten. Das sind die Fachsmeister. Das sind das Idol. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Idol finde. Das muss ja irgendwo hier sein. Ist das das Gemälde hier? Ich könnte es ja irgendwo mitnehmen. Die Wahrheit haben wir schon nicht genommen. Das andere Zeugs. Ich nehme davor, dass du das Idol hast. Ja, okay. Wir können nichts mitnehmen. Nimm das Loch. Ich kann es nicht abholen. Hm. Okay. Guter Tipp. Gehe zu, benutze die Feinde auf, ziehe die Näge eines Nasshorns. Gehe zu, benutze die Feinde auf, schloss, nimm, sanghaftes Idol. Hurra. Gehe zu. Autsch. Hurra. Oh nein. Schwertkampf. Du bist die Idol von vielen Händen, oder? Du gehst mit einem Schwertkampf. Genau, die schlafen. Du gehst mit ihr Haus. Die Tür war ungelockt. Anne hat eine von ihren Künstleren der Künstler. Nein, du hast alles falsch gemacht. Oh, wirklich? Well, wir hören uns über deine Erklärung. Also... Sie sagte, ich könnte es haben. Ah! Was ist hier passiert? Ich habe diesen Hügel gemacht, mit deinem Idol, Gouverneur. Er sagt, dass du es ihm gegeben hast. Das stimmt, ich habe. Was? Was? Du hast mich gehört, Fester. Die reale Frage ist, wie er in hier ist, während du auf der Gäste? Ich, äh... Oh, einfach weg, Fester. Ich kann das. Hm. Ich werde dir mit dir später. Fester. Sorry about ihn. Er ist neu. Ich bin Gouverneur Marley. Gouverneur Elaine Marley. Gouverneur Elaine Marley. So, ich bin der Idol, oder? Gee. Relax, Herr Threepwood. Ich weiß warum du hier bist. Ich glaube, du bist nicht der erste, der versucht. Aber ich muss sagen, nicht viele kommen so weit wie du hast. Oh, golly. Mein Lookout hat mir gesagt, dass du kommst. Ich wollte dich zu treffen, seit ich hörte deinen Namen. Sag mir, Guybrush. Warum willst du ein Piratet sein? Du bist nicht so ein. Du bist nicht so ein. Du bist nicht so... sehr... 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 ähm... ja... ... 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